Laut diesem Gesetz kannst du bereits jetzt schon die Person sein, die du schon immer sein wolltest. Was geht ab? Wir sind wieder mal bei einer weiteren MRT-Folge angekommen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Das ist die Hauptsache. Ich will mich einmal kurz vorweg entschuldigen, dass mit den alle zwei Wochen MRT-Folge rausballern funktioniert zurzeit nicht so ganz gut. Aber das hat auch den Grund, weil ich zurzeit so viele Projekte gleichzeitig am Laufen habe, dass ich zurzeit leider nicht die Zeit finde, mich hinzusetzen und eine MRT-Folge oder regelmäßig MRT-Folgen aufzunehmen. Aber sobald die Projekte abgeschlossen sind, widme ich mich wieder voll und ganz den MRT-Folgen. Ja, heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Ehrlich gesagt ist das auch mein Lieblingsthema. Ein Thema, mit dem ich mich schon über ein Jahrzehnt beschäftige. Ein Thema, über das ich stundenlang sprechen könnte. Und zwar das Gesetz der Anziehung. Ich glaube, der ein oder andere kennt von euch bestimmt schon den Film The Secret oder hat auch das Buch gelesen. Aber für die, die es nicht kennen, sehr, sehr spannend. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Guck mal, ein kleines Beispiel. Alles um dich herum ist Energie. Wir Menschen sind selbst Energie. Während du das auch gerade hier guckst, erzeugt dein Körper Energie. Ich kann dir die Voltanzahl gerade nicht benennen. Ich wusste sie mal, ich habe sie aber vergessen. Aber du erzeugst gerade Energie. Und Energie zieht gleiche Energie an. Und deine Innenwelt zwingt deine Außenwelt, deine Innenwelt zu folgen. Denn im Buddhismus sagt man ja auch immer wieder, die Macht deiner Gedanken, ja, du erschaffst mit deinen Gedanken deine Realität. Du erschaffst alles, was du um dich herum gerade hast. Alles, was du besitzt, was du hast, hast du mit der Macht deiner Gedanken in dein Leben gezogen. In der Bibel wird auch darüber kurz erzählt, wie zum Beispiel, euch geschieht nach eurem Glauben, Markus Evangelium. Ja, das heißt, das, woran du glaubst, das, worauf du deinen Fokus legst, das siehst du auch immer mehr und mehr. Und gleiche zieht gleiche es an. Das heißt, je mehr du dich auf eine Sache fokussierst, desto mehr kriegst du davon. Ja, und das kannst du auch ganz gut mit Dankbarkeit üben. Denn Dankbarkeit verdoppelt das, wofür du dankbar bist. Es können die kleinsten Dinge sein, ja. Und wenn du immer intensiver dich mit der Dankbarkeit für die kleinen Dinge beschäftigst, umso größer werden die Dinge, für die du dankbar bist. Ganz einfach. Und dieses Thema, der Secret, das Gesetz der Anziehung, ja, das wird immer sehr, sehr gerne. Also, ich meine, es gibt mit der Zeit, besonders jetzt, werden die Menschen immer offener für dieses Thema. Sie interessieren sich immer mehr damit und beschäftigen sich damit. Aber da gibt es auch immer wieder ein paar Michels, ein paar Menschen, die, kann ich auch verstehen, das, was der Verstand nicht greifen kann, das lehnt er gerne ab und redet das auch gerne schlecht. Aber ich bin auch der Meinung, dass sehr, sehr in vielen, ja nicht viele Religionen, aber viele, viele Prediger, ja, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, dieses Gesetz der Anziehung gerne schlecht reden und als Hexerei abtun. Aber ich glaube einfach nur aus dem Grund, damit der Mensch nicht erkennt, wozu er eigentlich wirklich fähig ist. Und ich sage immer wieder gerne und ich stehe auch dazu, wenn der Mensch wirklich wüsste, wozu er eigentlich fähig ist, wären sehr, sehr mächtige und reiche Menschen längst pleite. Real Talk. Ja, guck mal, ich habe hier auch ein Zitat von Albert Einstein, habe ich extra für dich rausgesucht. Und zwar, alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du haben möchtest und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist reine Physik. Du kennst das. Welche Beispiel nenne ich dir jetzt am besten? Vollkragenpullover. Hast du den schon mal im komplett Dunkeln ausgezogen? Was hast du dabei bemerkt? Er schlägt Funken. Oder wenn du dich nachts in dein Bett legst und du hörst es knistern und du siehst auch diese Funken, das liegt ja bestimmt nicht daran, weil du dein Bett an Strom oder so angeschlossen hast. Nein, das Bett ist an dich angeschlossen, weil dein Körper produziert diese Energie und es schlägt Funken. Wir alle sind Energie. Das ist das Faszinierende. Deswegen, ich könnte mich stundenlang über dieses Thema Gesetz der Anziehung unterhalten. Guck mal, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Rapper, ich drehe auch Musikvideos und ich hatte mal einen Videodreh, für den ich mehrere Autos von BMW bestellt hatte. Und das Hauptauto, was die Hauptrolle in diesem Video gespielt hatte, war ein 5er BMW 535 DGT. Ich habe mich in dieses Auto gesetzt. Ich habe mich so schwer in dieses Auto verliebt, dass ich mir gesagt habe, und da kannte ich bereits schon The Secret oder das Gesetz der Anziehung, Ich habe mich in dieses Auto gesetzt und gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das ermögliche, aber ich weiß, dass ich eines Tages dieses Auto fahren werde. Und ab diesem Moment habe ich überall nur noch dieses Auto gesehen. Ich dachte mir so, das kann doch nicht. Es ist wahr sein, dass so viele dieses Auto fahren. Ich meine, heute denke ich mittlerweile anders über so materielle Dinge. Aber zu der Zeit war ich so besessen von diesem Auto, dass ich nur noch dieses Auto gesehen habe. Woran liegt das oder woran lag das? Weil mein Fokus darauf war. Das heißt, das, worauf du deinen Fokus legst, das siehst du auch. Das siehst du in dein Leben. Das siehst du auch in dein Leben. Deswegen sagt man auch, achte auf deine Gedanken. Pass auf, was du denkst, denn deine Gedanken werden zu deiner Realität. Verstehst du? Es ist sehr, sehr wichtig. Und auch, ja, manche Menschen machen sich lustig darüber, aber ich bin fasziniert von Menschen, die auch laut Selbstgespräche führen. Auch so ein faszinierendes Thema. Wer hört dir eigentlich zu, während du denkst? Interessant, ne? Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, was für Selbstgespräche oder wie du deine Selbstgespräche führst. Das ist sehr, sehr wichtig, denn du manifestierst das alles, was du denkst. Wie oft hast du, du kennst diese Situation, du denkst an eine Person, du denkst plötzlich an eine Person, von der du jahrelang nichts gehört hast und auch nichts gesehen hast. Plötzlich, kurze Zeit später, nachdem du an diese Person gedacht hast, meldet sie sich bei dir. Noch ein Beispiel. Wie kann es sein, das Beispiel nenne ich immer wieder, wie kann es sein, dass eine Mutter spüren kann, wie es ihrem Kind geht, obwohl das Kind gerade nicht in ihrer Nähe ist und vielleicht auf einem komplett anderen Kontinent dieser Erde ist? Das heißt doch, da muss es doch irgendwas geben, was der Mensch sich nicht erklären kann. Wie zum Beispiel dieser Kugelschreiber. Das ist ein Gesetz, das dieser Kugelschreiber nicht schwebt, sondern runterfällt. Gesetz der Schwerkraft. Es gibt ein paar bestimmte Theorien, wie das alles funktionieren kann und bla 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 und so weiter und so fort. Aber hundertprozentige Erklärungen gibt es da, finde ich. Und ganz ehrlich, ich finde es auch ganz gut so. Der Mensch oder der menschliche Verstand versucht alles, sich alles irgendwie erklären zu können, alles irgendwie greifen zu können. Aber manche Dinge kannst du einfach nicht beschreiben, die sind einfach so, wie sie sind. Und so funktioniert auch das Gesetz der Anziehung. Und auch, dass du dieses Video gerade guckst, ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Du hast dir das in dein Leben gezogen. Ob bewusst oder unbewusst, das ist völlig egal. Das ist völlig irrelevant gerade. Aber du hast dir dieses Video in dein Leben gezogen. Irgendetwas da draußen möchte ich dir sagen, schau dir das mal an. Vielleicht bist du auch gerade an einem Punkt, wo du denkst, boah ey, ich brauche jetzt irgendwas, was mir helfen könnte. Und jetzt kommen wir dazu, wie das Gesetz der Anziehung wirklich funktioniert. Drei Punkte. Wenn du zum Beispiel Reichtum in dein Leben ziehen möchtest, wenn du reich sein möchtest, ja, Millionär sein möchtest, ja, Geld wird heutzutage gerne schlecht geredet, aber ich finde, es kommt nur darauf an, was du damit machst. Geld verstärkt den Charakter. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld verstärkt den Charakter. So, wenn du gerne Geld in dein Leben ziehen möchtest, musst du, das ist ein Muss, musst du dich bereit zu fühlen, als wärst du jetzt schon reich. Warum musst du dich jetzt schon so fühlen? Ich weiß, dein Verstand will dir dann gerne erzählen, hey, 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 Bullshit, du bist einfach nicht reich. Aber du kannst dein Verstand trainieren und austricksen. Und je öfter du das machst, je öfter du dich da in diese Emotionen reinsteigerst, ja, in dieses Fühlen, ich bin reich, ich bin glücklich, ich bin erfolgreich, umso höher schwingt deine Energie. Und Energie zieht gleiche Energie an. Deshalb musst du sein. Ja? Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich weiß, in der Schule, ja, wir sind wieder beim Thema Schule, wird Fantasie gerne schlecht geredet und am besten den Kindern aus dem Kopf rausprogrammiert. Warum denn? Weil Fantasie eine Art Manifestation ist oder Manifestieren ist. So. Und das wird uns gerne abtrainiert, damit wir nicht Schöpfer unseres Schicksals oder unseres Lebens sind. So. Deswegen lass deine Fantasie freien Lauf. Keiner kriegt deine Gedanken mit. Keiner hört sie. Keiner sieht sie. Nur du allein. Weißt du, mit welcher Person du die meisten Gespräche führst? Richtig, mit dir selbst. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du auf deine Selbstgespräche achtest. Wenn du anfängst, auf deine Selbstgespräche zu achten, wirst du bewusster und wirst feststellen, wie viele negative Glaubenssätze du eigentlich in dir hast. Ja? Es gab auch eine bestimmte Zeit, eine düstere Zeit hier in Deutschland, wo es auch Menschen gab, die gegen eine bestimmte Person waren und diese Personen wurden festgenommen und haben 24,7 ein und dieselbe Scheiße zu hören bekommen. Rate mal, was mit diesen Menschen passiert ist. Sie waren irgendwann mal für diese Person, obwohl sie eine Zeit lang vor ihrer Verhaftung gegen diese Person waren. Kannst du alles nachlesen. Da siehst du, wie du da, die Zeit, das ist zwar ein negatives Ereignis, aber das Positive daran ist, an diesem Beispiel, du kannst es auch mit positiven Dingen, also es funktioniert auch mit der positiven Seite. Ja? Das heißt, es ist wichtig, dass du anfängst, auf deine Gedanken zu achten, denn deine Gedanken erschaffen deine Realität. Ja? Das, was du denkst, das sprichst du aus und das, was du fühlst und aussprichst, das siehst du auch in deinem Leben. Sehr, sehr wichtig. Zweiter Punkt. Tun. Du musst ins Handeln kommen. Komm ins Handeln. Mach einfach irgendwas. Wichtig ist, wenn du, nochmal zum Punkt 1, sein, du darfst, zerbricht dir nicht den Kopf darüber, wie das funktionieren kann. Es ist völlig egal. Deswegen ist es wichtig, dass du einfach ins Handeln kommst, dass du einfach anfängst, irgendwas zu tun. Ja, jetzt nicht einfach an eine Bank überfallen oder sowas, sondern einfach irgendwas Sinnvolles. Irgendwie einen neuen Beruf ausüben oder mach dich selbstständig oder mach das, was du schon immer tun wolltest. Komm einfach ins Handeln und da ergeben sich bestimmte Situationen in deinem Leben und dir dafür sorgen, dass du ins Haben kommst. In den dritten Punkt. Sein, Tun, Haben. Guck mal, ich kann dir noch ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Ich hatte mal, vor zwei Jahren hatte ich die Situation mit meiner Frau, wo wir eine gewisse Geldsumme gebraucht haben und wir haben mehrere Freunde oder mehrere Bekannte abgefragt und ja, diese Summe konnte uns leider niemand locker machen. Irgendwann, also wir haben mehrere Personen angefragt und haben nur noch gewartet, bis sie uns antworten. Die meisten haben abge-, haben geantwortet, dass es nicht möglich ist und eine Person war noch offen. Und blitzartig, und da kannte ich schon bereits The Secret oder das Gesetz der Anziehung, blitzartig kam dieser Gedanke, warte ab, diese Person wird euch diese Kohle locker machen können. Rate mal, was passiert ist. Fünf Minuten später, nachdem ich diesen Blitzgedanken hatte, wir haben die Kohle genau von dieser Person bekommen. Du kannst an Zufälle glauben oder nicht. Ich sage dir immer wieder, egal an was du glaubst, es gibt ein paar bestimmte Naturgesetze, die gelten, ob du daran glaubst oder nicht, es ist völlig egal, aber auch dich betrifft es. Bevor wir jetzt gleich zu den Affirmationen und Manifestationen kommen, weil das wollte ich auch kurz ansprechen, will ich dir noch ein anderes Beispiel nennen oder ein Beispiel dafür nennen, dass es da draußen noch viel, viel mehr gibt, als du glaubst oder als man uns weismachen will. Ich beschäftige mich zur Zeit sehr, sehr mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten. Wenn du einmal in diese spirituelle Schiene kommst, kriegst du immer mehr und mehr Hunger danach und mehr darüber zu erfahren. Und da habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, weil es mich sehr, sehr fasziniert, ich auch nahestehende Personen kenne, die ähnliche Situationen hatten. Und da gab es einen jungen Mann, der durch was, ich weiß nicht mehr, durch welche Umstände er ins Krankenhaus gelandet ist, auf jeden Fall schwebte er in Lebensgefahr und dieser Mann war blind. Und irgendwann mal ist er ins Koma gefallen und hat nur noch gemerkt, wie er schwebte. Als er sich umdrehte, sah er sich von oben im Krankenbett liegen und sah, wie plötzlich Ärzte und Krankenschwestern ins Zimmer liefen und irgendwie an ihn hantiert haben. Und er konnte, wohl gemerkt, der Mann war blind. Er konnte alles klar und deutlich erkennen, was an ihm gemacht wurde, welche Arzt um ihn in Erinnerung war, welche Krankenschwester und als er wieder zu sich kam, wieder in seinen Körper fuhr. Und das nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen, für ihn kam es vor wie fünf Minuten. Als er wieder in seinen Körper fuhr und aufwachte, war er ja immer noch blind. Aber er konnte den Ärzten genau erklären, was sie gemacht haben und wie welcher Arzt aussah. Beschäftige dich mal mit solchen Themen. Sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir zu Affirmationen und Manifestationen. Manifestationen, okay, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt hier aufmachen, habe ich gerade eben schon kurz erklärt. Aber Affirmationen, Affirmationen sind so unfassbar wichtig und stark und effizient und wirksam. Ich habe dir gerade eben das Beispiel genannt mit den paar Leuten, die gegen eine bestimmte Person waren vor Jahren in einer sehr, sehr düsteren Zeit in Deutschland. Affirmationen sind Glaubenssätze, positive Glaubenssätze. Ich habe auch hier auf meinem Kanal, falls du Interesse hast, kannst du dir gerne das Video angucken, wo ich positive Glaubenssätze vorlese. Kannst du dir gerne anhören. Kannst du auch von jemand anderem anhören. Gib einfach bei YouTube an, da gibt es zahlreiche von. Aber viel, viel effizienter ist es oder wirksamer ist es, wenn du eigene Glaubenssätze hast. Schreib sie dir am besten auf und in Ich-Bin-Form. Da sind wir wieder beim Sein. Du musst es bereits sein. Fühle es. Lass deine Fantasie freien Lauf. Ich werde das immer wieder sagen und ich werde auch nicht müde davon. Lass deine Fantasie freien Lauf. Vergiss, was du in der Schule gelernt hast, was Fantasie angeht, Manifestieren angeht. Wenn du deine Augen schließt, schließ mal kurz deine Augen. Was siehst du dann? Falsch. Du siehst ja nicht nichts. Das ist der Raum, in der du deine Fantasie freien Lauf lassen kannst und schöpferisch und kreativ werden kannst. In diesem Raum, da gibt es keine Grenzen. Deswegen lass deine Fantasie freien Lauf. Nix und niemand hört deine Affirmation. Nix und niemand liest sie. Nur du alleine. Und schreib sie in Ich-Bin-Form, weil du musst ja bereit sein und fühlen. Denk dran, Energie zieht gleiche Energie an. Und am besten machst du das morgens oder abends. Oder beides. Wenn du abends, wenn du dich ins Bett legst oder kurz vorm Schlafen, wenn du dich ins Bett legst, holst du deine Affirmation raus und liest sie. Weil das ist der Moment, wo das Bewusstsein langsam ins Unterbewusstsein geht. Und wenn du deine Affirmation kurz vorm Einschlafen durchliest, gehen sie ja rüber in dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein arbeitet mit den letzten Gedankengängen, die du hattest. Oder nach dem Aufstehen. Weil dann bist du auf Autopilot. Du musst nicht überlegen, wie du deine Zähne putzt. Du musst nicht überlegen, wie du deine Brote schmierst. Das passiert alles völlig auf Autopilot. Du bist sozusagen in einer Art Trance. Du bist nicht wirklich da. Du bist noch voll verballert. Und in dieser Zeit kannst du dir auch deine Affirmationen oder du kannst die auf Handy aufnehmen oder sonst was und die ganze Zeit abhören. Verstehst du? Das ist sehr, sehr wichtig und effizient. Ich kann dir das nur empfehlen, weil ich habe ja schon immer an solche Sachen geglaubt. Und ich bin vor zwei Jahren auf Affirmationen, nee, vor einem Jahr bin ich auf Affirmationen gestoßen. Ich habe davon mal gehört, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe mir so, hm, schaden kann es mir nicht. Du wirst es nicht glauben, was da alles passiert ist. Natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist alles ein Prozess und je nachdem, wie stark du deine Frequenz hochfährst. Aber du wirst irgendwann mal auch Gänsehaut bekommen. Ich meine, kennst du diese Momente, wo du, wenn du an etwas glaubst, du weißt, dass es das gibt, aber du dann diesen Moment erlebst, wo du das bestätigt bekommst, das, woran du glaubst, dass du dann denkst, boah, krass, das funktioniert. Weil irgendwann mal wirst du dann einen Moment haben, je öfter du deine Affirmationen liest, dass du dann irgendwann mal dich selbst dabei erwischst, wie du auch nach deinen Glaubenssätzen handelst. Und denkst du, krass, das hatte ich. Du wirst mir nicht glauben, was ich alles in meinem Leben gezogen habe. Ich habe mir immer gleichgesinnte Menschen in meinem Leben gewünscht, ja, die über das Morgen nachdenken, die darüber nachdenken, wie kann man diesen Planeten besser machen, ja. Die sich nicht darüber aufregen, dass sie nass werden, während sie duschen. Und ich habe mir immer wieder gleichgesinnte Menschen gewünscht, ich habe mir immer gesagt, ich wünsche mir gleichgesinnte Menschen, erfolgreiche Menschen öffnen sich mir gegenüber und helfen mir zum Erfolg, rate, was passiert ist. Wenn ich dir meine WhatsApp-Liste jetzt zeigen würde, mit was für Menschen ich zu tun habe, ja, die für große, große Plattformen arbeiten, das hätte ich mir niemals erträumen können. Aber da siehst du, wie wichtig deine Gedanken sind. Denn deine, die Qualität deiner Gedanken bestimmen deine Lebensqualität. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, was du denkst und wie du über dich selbst denkst, ja. Ich habe die, ich habe Möglichkeiten, die sich mir angeboten, wo ich niemals dachte, dass es da Möglichkeiten gibt, Türen haben sich mir geöffnet, wo ich mir dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt, ich habe diese Tür vorher nie gesehen. Das heißt, das, worauf du dein Fokus legst, legst, das verdoppelt sich auch. Noch einmal, Dankbarkeit ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn es dir beschissen geht oder generell einfach nur mal für die kleinen Dinge dankbar sein. Denn Dankbarkeit verdoppelt das, wofür du dankbar bist. Ja, für die kleinsten Dinge und du wirst sehen, wie sie immer größer und größer und größer und größer werden. Bedank dich, keine Ahnung. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint. Ich bin dankbar, dass ich so viel Geld in meinem Leben habe, wie ich es zum Leben brauche. Und du wirst sehen, wie dein Portemonnaie auch platzen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wünsche ich dir vom Herzen. Du bist zu viel, viel mehr fähig, als du glaubst oder als man dich glauben lassen möchte. Deswegen habe ich heute auch entschieden, über dieses Thema zu sprechen. Probier es doch mal aus. Ja, statt mal Netflix zu gucken, ja, Unterhaltung reinzuziehen. Unterhaltung noch einmal, nimm das Wort auseinander, unterhalten. Statt Netflix zu gucken, am Wochenende dich in irgendeinen Riesenraum zu besorfen mit wildfremden Menschen, wo meistens negative Vibes herrschen, obwohl du es auch gar nicht wirklich wahrnimmst. Oder, keine Ahnung, es ist genug Negatives in dieser Welt. Es wird Zeit, dass wir anfangen, etwas Positives für uns selbst zu tun. Und du investierst ja nur Zeit in dich selbst. Probier es einfach mal aus. Es kann dir nicht schaden, ganz im Gegenteil. Nur musst du geduldig sein. Probier diese Affirmationen aus. Am besten, ja, der Mensch braucht mindestens 21 Tage, um sich an etwas zu gewöhnen. Mach es 30 Tage lang und irgendwann mal wirst du merken, dass du ohne gar nicht mehr kannst und du dir immer wieder neue Glaubenssätze aufschreibst. Ja, dass du dich schon irgendwann mal darauf freust, diese Glaubenssätze zu sprechen. Du kannst dich auch zwischendurch einfach nur sprechen. Aber es wird dir nicht schaden. Du wirst sehen, was in deinem Leben passieren wird. Oder wenn du dich schon mit solchen Themen beschäftigst. Lass uns hier in den Kommentaren gerne darüber austauschen. Schreibt es mir in euren Kommentaren, eure Erfahrungen mit The Secret, mit Gesetz der Anziehung, mit euren Affirmationen, mit euren Glaubenssätzen, mit Manifestationen. Schreibt es mir einfach ein. Lass uns doch gerne, lass uns doch mal gerne darüber, über dieses Thema unterhalten. Ich bin offen für alles. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn du auch jemanden kennst, wo du denkst, boah, das wäre interessant für diese Person oder das, genau dieses Video musste ich gerade diese Person anschauen. Schicke es an sie. Leite dieses Video gerne an diese Person weiter. Lass ein Like für dieses Video da. Abonniere diesen Kanal, damit das Ganze noch größer wachsen kann, damit die Leute noch mehr, damit noch mehr Leute von meiner Message erfahren. Und ja, wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Support. Ihr könnt auch gerne, ich sage es immer wieder auch, dieses Video gerne für euch selbst verwenden und daraus Reels schneiden und sie veröffentlichen. Ich bin offen für alles. Das ist ja mein Support. Das ist ja Support für mich. Und das kann ja nicht schaden. Ich bedanke mich, dass du bisher hierher geschaut hast. Das wäre sehr, sehr zu schätzen. Das zeigt, dass du sehr, sehr großes Interesse daran hast. Probier es mal aus. Denk dran. Sein, Tun und Haben. Haben, Tun und Sein. Am besten schau dir das Video nochmal von vorne an, damit das Ganze noch tiefer in dein Unterbewusstsein reingeht. Das war es von mir, euer Joe Kadhi, Mindset aus Titan. Bis zur nächsten Folge.